das ist le geldverschwendung aller niki aber sie hat ja genug geld wie du geld wie du gehst le geldverschwendung meine damen und herren und 90 frames oh ich habe noch 20 cent Das war's. Nein, nix was, nein, 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 nein Also ich habe glaube ich noch vier rum Nein, 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 oh Gott Damn you Spiderman Uh oh Uh oh Wie viel kosten Cannonball 7000 Hours? Für jede Cannonball, die nicht trifft, habe ich weniger Leid an mir Elfbär ist droppen Oh, der Taub hat sie erwischt Gibt mir einfach das Geld, Nicky, okay? Das ganze Geld, das du raus spams, gibt es einfach mir Ist viel besser aufgehoben Aha Diese Raketen Du bist one cela Es ist ich Dein G 4 Ah, 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 30 FPS, 50, 60, 70. Nein, mach ich nicht. Blöde Wasp. Blöde Kenball. Look this. Ah, dieser Raketen-Spam. Oh. Oh. Oh, leck mich mit deinem Ohr. Was ist das denn? Was ist geschehen? Wie ich die Raketen nicht gesehen habe, die war einfach unsichtbar, oder? War es eine unsichtbare Cheat-Rak. Unsichtbare Cheat-Rak. Unsichtbare Cheat-Rak. Unsichtbare Cheat-Rak. Unsichtbare... Oh Gott. Ohne Wind-Cut. Ohne Wind-Cut. Ohne Wind-Cut. Kenball überlebt. Oh, oh, oh. Ohne Wind-Cut. Kenball überlebt. Oh, oh. Ich hab's noch Video. Ohne Wind-Cut. CB. Überlebt. Friss den Torps. Friss ihn. Ah, Drecki-Wasps. Und diese Minen. Und diese Minen. Ach, Geil. Es gibt nichts Schlimmeres als Wasp. Minen und dann auch eine Ken-Boy. Jam, 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 jam. Jam, jam, jam. Need to bug out. I can't take it. They've got too much going for them. Ja, weil du spammst. Weil du spammst. Oh, scheiße. Ich hätt' ein bisschen später anhalten sollen, dann wär' ich vorbeigekommen. Määääääääää. FPS 30. FPS 60. FPS 90. cómodiка dry zaatu. watching a yo. Im giant missile, geil Zhao v파uss. Im giant missile. Im giant missile. Britain rakete ist ziemlich schlecht. roster. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich will dir auch erklären, wie man richtig patcht. Okay, okay, okay. Man macht den Rechner an, man lässt es patchen und geht irgendwo anders hin. Das ist der beste Patch-Vorgang. Oh, wieder 30 FPS, 60. So, wieder 90. Oh, okay. Oh. Habe ich dich doch gepre-turned? Was geht? Was geht? Kom überhaupt bist… Nope, listen… dual druk40��서 … chiffon drin … … sodass im Sanm強.. … … ... … Meeeeh